hey freunde willkommen wieder natürlich zu einer neuen folge in son of the verse natürlich und wir waren in der letzten folge damit beschäftigt schon mal so ein paar mauern zu platzieren also wir bauen jetzt die mauern und sind sogar ein bisschen so recht sogar schon weit gekommen in der letzten folge und heute geht es weiter ich habe steine gesammelt also ich habe die steine alle heruntergebracht wie in der letzten folge gesagt so hier haben wir sie acht mal das wird natürlich nicht reichen die werden glaube ich sogar wieder aller werden komplett in dieser folge ja das ist unsere aufgabe da hinten haben wir holz hier haben wir steine da haben wir unsere jugendaberge und wenn euch natürlich die folge fahren sollte würde ich mich gerne über ein kostenloses abo auf diesem kanal freuen und über ein like natürlich auch und dann würde ich sagen wir fangen direkt an und dann wünsche ich euch viel spaß und wir sehen uns einfach später wieder und los geht's bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020